wir haben am dienstag die daten von der zew bekommen und es ist nicht alles ganz so rosig wir blicken jetzt einmal wie es der wirtschaft hier in deutschland an dieser stelle gibt die zew lässt uns mit ihren umfragen ja immer mal ein bisschen die möglichkeit hier in die hintertüren der unternehmen auch hinein zu schauen dass also jetzt live hier im webinar zuvor der risikohinweis an dieser stelle wie immer bitte in gänze zur kenntnis zu nehmen der handel mit devisen und cfds auf margen der kann zu verlusten führen danke dafür und damit schauen wir jetzt mal ganz kurz für unsere zuschauerinnen und zuschauer die hier neu dabei sind was hier dieser finanzmarkt report ist es gibt die konjunkturerwartung da gibt es ja einige hier bei uns in deutschland alle geben uns immer einen schönen einblick wie es der wirtschaft aktuell geht mit blick auf diesen finanzmarkt report es ist ein konjunkturbericht für deutschland er wurde nach der wiedervereinigung 1991 ins leben gerufen gibt uns hier die aktuelle wirtschaftliche stimmung in deutschland sozusagen wieder und damit sehen wir wie es der wirtschaft geht befragt werden 300 experten aus der wirtschaft hier die sektoren banken versicherungen großunternehmen das ganze hier darauf mit rauszulesen und dann werden folgende kennzahlen als gegenstand beziffert das sind die inflationsraten die aktuellen zinsen zinsen beeinflussen ja auch immer die wirtschaftliche leistungsfähigkeit eines unternehmens hier wird geblickt auf die aktienindizes den wechselkurs das ist wichtig für international agierender unternehmen und selbstverständlich den ölpreis öl wichtig für die energiebereitstellung in welchem sektor auch immer ob es der fuhrpark ist oder strom oder was auch immer der ölpreis hat wichtige wichtige wirkung auf die effizienz der unternehmen also auf der kostenseite die ergebnisse die wir hier sehen sind die sogenannten zew konjunktur erwartungen und das ist ein frühindikator für die wirtschaftliche lage deutschland ähnlichkeiten hier gibt es natürlich zum ifo geschäftsklima index den bekommen wir ja nächste woche wieder auch frisch gedruckt auf den tisch wir sehen das ganze hier veröffentlicht auch im internet wer das ganze lesen möchte monatlich gibt es das ganze die seite die website hier der zew die schneide ich gleich mal kurz aus der präsentation aus und post sie mal eben in den entsprechenden dingen das heißt ich schreibe sie mal kurz in den chat hier rein bei uns auf der auf dem go to stream und dann geht das ganze gleich noch raus hier auf facebook damit haben wir es da und jeder kann auch wenn er möchte selbst mal in diese unterlagen reinschauen es ist was fundamentales das heißt das sollte man als schwerter immer so ein bisschen im hinterkopf haben um bestimmte sachen auch an dieser stelle einfach mal zu planen gehen wir mal rein in diesen support beziehungsweise in diesen report und wir sehen hier dass wir mit blick auf deutschland mit bezug auch auf die konjunktur erwartungen einen rückgang haben wir sehen ja hier diese grafik wir hatten ja in den letzten monaten eher ein ansteigendes bild gehabt das sieht man hier dass die werte rausgegangen sind im letzten monat sogar auf das plus gelaufen sind aber jetzt trübt sich das ganze wieder so ein bisschen ein wie schon gesagt ein rückgang um 5,2 punkte im vergleich zum vormonat auf aktuell einen wert von minus 2,1 wir sehen auch hier der markt weiterhin deutlich unter dem langfristigen durchschnitt von 22,1 punkten heißt also hier kann man das ganze mal so konstatieren der ausblick bleibt getrübt die wirtschaft ist momentan etwas pessimistisch wenn wir uns mal die aktuelle konjunkturelle lage anschauen dann sehen wir hier im vergleich zum vormonat eine ganz ganz leichte zunahme der lage verbesserung hier plus 2,7 punkte auf einen wert von 8,2 das sieht man auch sehr sehr schön in der grafik hier wir sind wieder etwas nach oben gelaufen was wie schon gesagt die gute entwicklung in produktion und export bedingt hat das ganze hat sich im ersten quartal schön entwickelt das ganze läuft jetzt sozusagen auch weiter und das sehen wir hier in der aktuellen lage natürlich schön mit aufgezogen schauen wir uns mal das ganze jetzt im detail an das bib in der eurozone war im ersten quartal überraschend gut wir hatten hier einen 0,4 prozentigen real zuwachs relativ zum vorquartal schauen wir uns das ganze mal für deutschland an da ist das reale bib gegenüber dem vorjahresquartal sogar um 0,6 prozent angestiegen das sind sehr sehr gute nachrichten das ist allerdings auch historie das heißt man muss sich das ganze hier auch mal anschauen vorsicht es gibt einen erwartungsrückgang die sechs monats erwartung für deutschland man erwartet hier nur ein verhaltenes wachstum an dieser stelle und das zünglein an der waage ist hier die eskalation im konflikt china usa diese geschichte die erhöht wirklich die unsicherheit weil das auch auswirkungen auf die ganzen globalen wirtschaftskreislauf hat und das kann natürlich auch die lage hier bei uns in deutschland deutlich negativ beeinflussen wenn es weiter eskalieren sollte und wir sehen das ja wie das momentan läuft es gibt mal ein paar schöne worte danach fährt man nach hause dann gibt es wieder böse worte es ist ein hin und her und da fragt sich dann halt der ein oder andere analyst an dieser stelle auch wer hat hier den längeren atem und wie geht das ganze dann aus und das ist genau der punkt wo die unsicherheiten auch herkommen schauen wir uns das ganze mal seitens der sektoren ein dann sehen wir hier die sektoren entwicklung das heißt die guten ergebnisse die kamen jetzt nicht breit über alle sektoren sondern die kamen einfach aus einer bestimmten ecke und zwar ist es so dass der produktionssektor gut gewachsen ist mit blick in die produktion allerdings ist hier zu sehen dass das meiste wachstum überwiegend vom bausektor gekommen ist gebrauchsgüter waren auch gut die deutschen haben halt sozusagen gutes geld die konsumieren gut das ist ein schönes zeichen das stützt natürlich auch die wirtschaft aber mit blick auf das produzierende gewerbe hier ohne bau und energie da sehen wir halt es flaut etwas ab und das ist sind halt so die leichten bremsspuren die wir in der wirtschaft momentan hier auch mit sehen es ist ein normales verhalten ja es ist jetzt nichts dramatisches man muss es einfach aber auf dem schirm mit haben der bausektor wird mittelfristig auch weiterhin sehr sehr gut gesehen man hört es ja auch immer wieder wenn die wirtschaft wächst das thema büroimmobilien ist eine seite wo gebaut wird die andere seite ist natürlich der bausektor für die privaten wohnungsgesuche da boomt natürlich die lage auch weiterhin und das wird den bausektor hier mittelfristig auch weiter unterstützen ein weiterer faktor der hier gut gesehen wird ist das thema der informationstechnologie konsum und der dienstleister auch hier auf die sicht der nächsten sechs monate eine gute prognose an dieser stelle also das hier der blick auf deutschland und jetzt schauen wir uns hier die aktuellen fakten im aktuellen bericht einmal an mit blick auf weitere ecken hier bei uns das heißt wir schauen mal auf ganz europa konjunkturausblick mit blick auf europa hat sich verschlechtert wir sehen hier auch dass sich das bild etwas eintrübt schauen uns mal hier die konjunkturerwartungen an die sind ja in den letzten monaten eher angestiegen aber wir sehen momentan auch anhand der grafik es gab jetzt einen doch gut sichtbaren knick die konjunkturelle lage im euro raum ist allerdings ein bisschen besser geworden zeigt uns die grafik hier auch an dieser stelle das heißt der indikator für die konjunkturerwartungen ist um 6,1 punkte geschrumpft auf minus 1,6 das ist der erste rückgang seit november letzten jahres wir sehen hier an dieser stelle dass sich der optimismus bei der lagebeurteilung umkehrt das sieht man auch anhand der experten wir haben jetzt leichten umschwung 24 prozent erwarten innerhalb der sechsten der nächsten sechs monate eine lage verschlechterungen nur noch 22 prozent erwarten eine lage verbesserung hauptgrund auch hier wieder mal china usa der handelskonflikt aber die aktuelle konjunktur lage das haben wir gesehen die ist leicht verbessert wir sind hier im vergleich zum vormonat um 6,2 punkte auf minus 7 angestiegen ist immer noch ein minus aber wir kommen so langsam von unten raus mal sehen wie es hier weitergeht schauen wir uns das ganze mal mit blick auf die usa an wie sehen denn unsere experten hier in deutschland die lage in den usa wir sehen es hier auch aufgezeigt die konjunkturerwartungen für die usa die haben sich ganz ganz leicht verschlechtert wir sehen dass es dieser graf hier es geht etwas nach unten der erwartungsindikator hatte minus von 1,2 punkte auf minus 23,6 angezeigt das ist der erste rückgang hier seit januar aber der lage indikator der steigt wieder hier allerdings auch nur marginal man sieht zum grafen es geht leicht nach oben plus 0,9 punkte über dem vormonat belastende faktoren ist immer wieder der handelsstreit zwischen china und den usa man sieht es auch hier es spannt sich überall hin die konjunkturelle lage in den usa wird allerdings auch weiterhin wirklich gut gesehen das wirtschaftswachstum im ersten quartal hat auch hier die an der last analysten überrascht er war unerwartet hoch gehen wir von den usa nach japan wir sehen im graf alles ist in den keller gegangen die konjunkturerwartungen die sinken die experten korrigieren ihre sechs monatserwartungen nach unten das heißt der erwartungsindikator ist hier um 4,8 punkte zurückgegangen auf aktuell einen stand von sieben punkten die aktuelle lage hat sich ganz ganz leicht verbessert der lage indikator ist um 7,1 punkte angestiegen auf 0,1 der konjunkturausblick ist weiterhin verhalten warum hier steht es wieder geschrieben handelskonflikt mit china und usa belastet das hat den grund dass china ein sehr sehr wichtiger handelspartner für japan ist und das ganze natürlich immer wieder probleme bringen kann wenn es china nicht so gut geht und wir sehen hier weiterhin die abschwächung der weltkonjunktur japan ist auch eine export nation so wie wir das deutschland auch sind und wenn es der weltkonjunktur nicht so gut geht dann wirkt sich das immer auch auf die entsprechende exportwirtschaft aus nächster wert großbritannien da ist ja immer wieder so das thema brexit mit einem laufen aktuell sieht es so aus als wenn hier tatsächlich ein hardliner ans werk kommen wird das bleibt interessant ich will jetzt nicht sagen spannend aber es sieht dann am ende wahrscheinlich eher so aus als wenn die verhandlungen sehr sehr zäh weiter laufen werden schauen wir uns das ganze aber mal mit den aktuellen zahlen daten und fakten an die lage und die erwartungen in großbritannien haben sich verbessert wir sehen es hier an den entsprechenden grafen das heißt mit den zahlen hinterlegt die aktuelle konjunkturlage stieg an um plus 11,9 punkte auf minus 26,8 grundlage dafür sind solide konjunkturdaten ein bib anstieg im ersten quartal von 0,5 prozent gegenüber dem vor jahresquartal positive daten vom arbeitsmarkt und der industrieproduktion stützen das ganze der ausblick auch der wurde nach oben korrigiert es geht hier im erwartungsindikator um 5,9 punkte nach oben auf minus 56,1 politische unsicherheiten bleibt weiterhin der erwähnte brexit damit sind wir mit wichtigen eckdaten durch und blicken hier an dieser stelle jetzt noch mal im sonderteil es gibt in diesem report auch immer mal einen sonderteil hier das thema das inflationsziel wir haben es gehört draghi dass die inflation das sorgenkind ist wir haben einfach eine sehr sehr schlechte steigerungsrate hier in europa der anstieg auf 1,8 prozent wird erst im jahr 21 erwartet 2019 erwartet man einen inflationswert von 1,5 2020 1,6 und das muss man sich jetzt mal auf der zunge zergehen lassen die ezb hat ja das ziel einer inflationsrate von um die 2 prozent und wir schauen jetzt hier dass wir 2021 erst 1,8 prozent haben das heißt die ezb ist sowas von meinen weit von ihrem ziel weg deswegen ist das wirklich eine wichtige marke für die ezb einflussfaktoren auf die ezb sehen die analysten allerdings unabhängig also auf die inflation sehen die analysten unabhängig von der ezb das zeigt uns mal diese schöne grafik hier an dieser stelle wo wir mal die prognose beweger sehen und da haben wir hier löhne und die rohstoffpreise die wirklich einen relativ hohen einflussfaktor auf die entwicklung der inflation haben die konjunkturdaten im euro raum auch noch relativ stark aber wenn man mal schaut die wechselkurse die ezb geldpolitik oder die internationalen handelskonflikte das sind dinge die beeinflussen das ganze bei weiten nicht so stark wie der ein oder andere glauben mag das heißt hier sind es tatsächlich in erster linie die rohstoffpreise und die löhne die hier auf die inflation drücken können das ganze hier mal grafisch hinterlegt das heißt wir hatten das ganze hier an dieser stelle besprochen als eu inflations und ragi hat sich ja auch eindrücklich darüber ausgelassen was passiert und diese daten die nehmen wir jetzt einfach mal her und blicken noch mal ganz kurz auf den deutschen aktienmarkt für diejenigen die hier zum ersten mal auch zuschauen wir blicken ja jeden morgen um 8.30 Uhr an dieser stelle live in die Märkte rein. Wir schauen auch regelmäßig in den Blogs auf die Märkte. Wer den Blog noch nicht kennt, ich zeige das mal ganz kurz hier an dieser Stelle. Ich hole mal unseren Blog mit rein. Geben Sie mir einen kurzen Augenblick, dann ziehe ich es gleich mal mit rüber. Hier die Website von Tickmill. Da können Sie sich wirklich sehr, sehr schön darüber informieren, was bei Tickmill alles geht, wie top die Konditionen sind, wie schön das Ganze im Handel auch umsetzbar ist. Unsere Werkzeuge sehen Sie hier beispielsweise auch den Stereo Trader, den Sie hier bei Tickmill kostenfrei mit nutzen können. Da gibt es auch immer unseren Blog. Da stelle ich jeden Morgen auch die Dinge, die ich im Video bespreche, hier an diesem Punkt auch noch mit hoch und das Ganze immer zum Nachlesen, auch noch im Nachgang, wen das Ganze interessiert. Und damit blicken wir jetzt noch mal rein in die Märkte. Wir haben gerade Deutschland besprochen. Aus diesem Grund nehmen wir uns den Chart von Deutschland noch mal kurz rüber. Also hier an dieser Stelle den DAX und wie schon gesagt, die schlechten Konjunkturaussichten, die wir hier gerade gesehen haben, die spiegelt der DAX momentan in keinster Art und Weise wieder. Wir sind weiter schön am Hochlaufen. Die Zentralbanken hier in Amerika machen momentan die Musik plus der Herr Draghi mit dem Ausblick auf weitere Erleichterungen am Geldmarkt. Und das hat ja die Märkte hier zuletzt auch immer wieder angetrieben, die Aussicht auf das billige Geld. Und das ist auch das, was wir hier in letzter Zeit mit sehen. Aber man kann natürlich mit diesen Konjunkturaussichten auch immer noch ein mittelfristiges Bild mitmachen, weil der Markt ist ja in der Situation, dass er die Zukunft auch einpreist. Das ist ja das, was wir immer wieder sehen. Wenn die Märkte stark fallen, haben wir eher eine negative Zukunft vor uns. Vorlaufzeit sagt man so knapp, ein halbes Jahr. Wenn die Märkte gut ansteigen, eher eine positive Zukunft. Und was wir hier sehen momentan, ist halt die Freude darüber, dass es bei uns in Europa bald weiterhin billiges Geld geben wird. Die Banken werden auch unterstützt. Das ist ja alles mittlerweile auch raus. Und wenn wir uns jetzt mal das große Bild im DAX auch anschauen, dann konstatieren wir hier allerdings mal noch Folgendes. Wir haben jetzt hier im ganz, ganz großen Bild, ich skizziere das an dieser Stelle nochmal kurz hier. Wir haben jetzt hier die alte Schulterkopf-Schulterformation. Die ist ja da. Hier haben wir es gehabt. Das wäre mal so dieser große Marker hier. Das ist die Schulterkopf-Schulterformation in dieser Stelle auf Wochenbars. Das muss man sich immer mal so ein bisschen mit auf der Zunge zergehen lassen. Wir hatten hier sozusagen in diesem Bereich die sogenannte Nackenlinie. Das ist aus charttechnischer Sicht immer wieder ein Marker, wo man sagen muss, der wird auch immer mal wieder angetestet. Das heißt, Rückläufe in diesem Bereich sind immer wieder gut und gerne möglich. Und man kann diesen Bereich auch jetzt dazu nutzen, um gewisse, sage ich mal, Szenario- Planungen zu machen. Das heißt, wenn wir uns diesen ganzen Chartverlauf hier mal anschauen, wir haben mit Blick auf das, auf den letzten Schub nach unten, den wir hier auf der Woche sehen, hier ist mal eins gezielt, der Tageschart, der hier gelaufen ist. Wir haben schon noch ein paar Marker über uns, die das Bild eher wieder bärisch einfärben können. Wohlgemerkt. Und das Ganze nur zur Szenario-Planung, dass man einfach schaut, wenn man irgendwo Schwäche im Markt sieht, dass man das auch gut und gerne einordnen kann. Das heißt, wenn wir uns das ganz, ganz große Bild mal anschauen, dann haben wir jetzt hier an dieser Stelle schon, das muss ich kurz anders einwerben, schon die Dynamik im ganz, ganz großen Bild nach unten laufend gehabt. Im kurzfristigen Bereich natürlich immer wieder das Ganze auch nach oben laufen. Das sind ja die sogenannten Gegenbewegungen, die man immer mal wieder sieht. Und wenn wir das Ganze hier jetzt einschätzen wollen, müssen wir uns halt einfach auf solche Dinge immer mit beziehen, um einfach zu sehen, wo könnten denn eventuell starke Widerstände auf uns warten. Und das sind dann halt die Marker, die wir hier oben sehen, die wichtig sind. Und wir sehen jetzt hier, das ist mal das riesengroße Bild. Und das ist halt noch nicht rausgenommen. Also richtig doll Entwarnung bekommen wir erst, wenn wir wirklich hier oben über die knapp 13.200 Punkte Marke drüber laufen. Dann haben wir dieses große, riesengroße Bild hier oben rausgenommen. Vorher kann es jetzt halt passieren, dass wir einfach den Schub nach unten wieder bekommen. Wo kommt das her? Das kommt aus dem Punkt her, dass man hier, schaut euch das mal an. Halt, ich mache mal eine andere Farbe, dass wir das ein bisschen voneinander unterscheiden können. Ich mache es mal hier in so einem Lida-Farbton. Wenn wir uns jetzt mal die ganzen Schwünge auf der Woche anschauen, dann sehen wir halt hier, die Woche hat uns hier einen kleinen Anhaltspunkt gegeben. Hier ist er dann doch deutlich stark nach unten gelaufen. Also auch weite, weite Tendenzen. Und das zeigt uns halt jetzt, was wir momentan hier sehen. Das war nur erst mal die starke, starke Gegenbewertung. Das war wirklich eine Top-Leistung, die der Markt hier gegeben hat. Und jetzt haben wir halt latent die Gefahr da, dass wir hier oben abprallen könnten. Und wenn wir dieses sehen, dann haben wir halt die wichtige Marke hier unten liegen, um den Bereich von 11.500 Punkten, wo der Markt sich dann entscheidet, ob es tatsächlich noch tiefer geht oder nicht. Das heißt, was wir hier jetzt sehen, wäre jetzt das Szenario, wenn wir jetzt mal negativ zeichnen wollen, dass wir nicht hier oben deutlich drüber laufen, sondern den Weg wieder nach unten umkehren und dieses Bild so sehen. Das wäre dann ein Zeichen dafür, dass wir erst mal wieder etwas tiefere Kurse sehen, dass wir uns im Trading ein bisschen umstellen müssen. Das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr negatives Bild. Aber auch das kann man in den Charts mit reinnehmen. Man muss sich halt im Handel auch immer irgendwo vorbereiten. Und wenn der Markt anfängt, so etwas zu spielen, dass man dann dabei ist und nicht immer wieder überrascht wird, so wie wir es hier unten gesehen haben. Da sind doch viele sehr, sehr stark überrascht worden, auch von den institutionellen Investoren. Da ist noch einiges an Nachholpotenzial da. Also die Türen sind auf alle Fälle in beide Richtungen offen. Und wenn der Markt irgendwann anfängt, die negativen Dinge zu spielen, die wir hier jetzt in den Konjunkturaussichten sozusagen gezeigt bekommen, dann werden wir eher etwas sehen, wie das, was ich hier skizziert habe. Wie schon gesagt, momentan ist das noch nicht da. Nur der Chart kann uns halt diese Indizien auch mitgeben. Und da ist es schön, wenn wir uns hier an dieser Stelle natürlich mit vorbereiten können. Damit also der Blick zum Abschluss auf die fundamentalen Daten hier noch einmal technischer Natur im DAX. Danke an dieser Stelle für die Zeit. Allen ein gutes Wochenende, gutes Gelingen im heutigen Handelstag und bis nächste Woche. Tschüss. Oh, Moment. Ich sehe noch eine kurze Frage. Keine Antwort, Fragezeichen. Der Bernhard hat mir noch eine Frage gestellt. Die habe ich gar nicht gesehen. Kurzen Augenblick, bitte. Aha. Euro, Schweizer, Franken sieht interessant aus. Das ist mir doch tatsächlich rausgeblieben. Ah, gut. Dann machen wir jetzt hier einfach in diesem Fakt noch mal kurz weiter. Euro, Schweizer, Franken. Bernhard, bitte entschuldige. Das habe ich absolut übersehen. Ist auch schon eine ganze Weile her. Das nächste Mal bitte einfach noch mal kurz ein bisschen eher nachfragen, damit ich sowas nicht versehe. Ich gucke natürlich in den Euro, Schweizer, Franken gleich mal noch rein. Also für alle, die jetzt hier an dieser Stelle gleich auch noch mit dabei geblieben sind. Jetzt gibt es mal weg vom Konjunkturindex noch mal etwas, was wir jeden Morgen hier auch live in den Morning Briefings machen. Wir gucken mal in den Chart rein. Hier Euro, Schweizer, Franken. Den habe ich auch immer mal als Handelsidee morgens schon mit auf dem Schirm gehabt. Und die Frage, die wir jetzt hier bekommen haben, ist natürlich, wie geht es der Währung? Ich muss noch mal kurz gucken, dass ich mit den vorbereiteten Charts mal rausziehe. Ich glaube, den habe ich hier. Genau, weil wir haben den Schweizer Franken vor nicht allzu langer Zeit auch schon mal hier mit betrachtet. Und das gesamte Bild gucken wir uns jetzt einfach noch mal an. Also ich mache mal kurz hier etwas kleiner zusammen, dass wir das große Bild sehen. Wir hatten hier nämlich im Euro, Schweizer, Franken für eine ganze Weile eine Seitwärts Range und wir sehen, dass der Markt diese Range nun endlich nach unten rausgenommen hat, dynamisch nach unten gelaufen ist. Und das Ganze gucken wir uns jetzt mal noch im Detail mit an. Das heißt, wir zoomen mal kurz in den Markt hier rein. Und das, was wir hier sehen an dieser Stelle, ist etwas, das ist natürlich leicht zu beantworten. Wir sind hier aktuell schön verortet innerhalb eines Abwärtstrends. Ich zeichne den hier nur ganz kurz noch fertig, dass wir es gleich live auch mit sehen können. Und dieser Abwärtstrend, der läuft aktuell schön oder lief aktuell schön dynamisch nach unten rein. Wenn wir uns den Chart mal angucken, wir haben in nicht allzu weiter Entfernung hier noch ein Tief, hoppala, wo ist es denn jetzt hin, ein Trendtief liegen. Das kommt allerdings aus etwas weiterer Entfernung. Das müssen wir uns hier mal anschauen. Wir hatten hier drüben im Jahr 2017 mal einen Bereich, da hat sich dieser große Aufwärtstrend hier fortgesetzt. Das ist natürlich immer ein Marker, der so ein bisschen Beachtung auch findet. Das heißt, mit Blick nach unten, wenn der Markt jetzt direkt weiter nach unten laufen sollte, ist das definitiv einmal ein Bereich, den man auf der Uhr haben sollte, der durchaus Orientierung bieten kann. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal noch im kurzfristigen Bereich an. Dann selbstredend an dieser Stelle immer wieder zu sehen, nach starken dynamischen Abwärtsbewegungen kommt immer mal etwas Gegenbewegung rein. Wir haben ja gestern einen sehr, sehr dynamischen Abwärtstag gehabt. Und das passiert halt immer wieder, wenn wir unter solche Levels drunter durchlaufen, wie ich sie hier markiert hatte, und dort wirklich Verkaufortes liegen. Da kommt nochmal so ein richtiger Schub rein. Und diese Schübe, die enden irgendwann einmal und damit an dieser Stelle kurzfristig natürlich immer wieder die Chance auf eine Gegenbewegung. Das große Bild ist weiterhin short. Das heißt, wer jetzt long geht, muss einfach wissen, er handelt gegen das übergeordnete Marktbild. Das gibt allerdings auch immer wieder Chancen. Und die Chancen sehen dann im Endeffekt so aus, dass wir tatsächlich in tiefere Regressionen reinlaufen. Und das sieht man in den Charts dann relativ gut. Wir sehen es auch hier. Der Markt läuft aktuell gegen. Der starke, massive Schub von gestern, den wir gesehen haben, der hat hier oben in diesem Bereich, ich skizziere das hier mal kurz ran, also hier oben haben wir so einen leichten Haltebereich gehabt. Das wäre jetzt durchaus auch mal ein Anlaufpunkt, wo der Markt kurzfristig reinlaufen könnte. Das übergeordnete Bild bleibt weiterhin selbstverständlich short. Hier ist ein wichtiger Bereich, wenn wir darüber sogar drüber laufen, über diese Marke hier, wo haben wir es hoch gehabt, um die, naja, ich ziehe es mal mit Linien drauf, das zeichnet sich ein bisschen besser ein. Also ganz knapp 1.11.62 ist oben und der untere Bereich, den haben wir hier liegen, das Band sozusagen, das Widerstandsband, die untere Seite bei 1.11.46 irgendwo in diesem Bereich. Ohne weiteres durchaus möglich, dass der Markt dort ranläuft. Läuft er drüber, sehen wir jetzt hier im kurzen nicht nur eine kleine Korrektur der übergeordneten Abwärtsdynamik, sondern das wäre dann der Bereich, wo er wirklich auch etwas höher laufen kann. Hier sehen wir noch die Marker, die ich eingegrenzt hatte. Gute Rücksetzpunkte, das sind dann hier die Bereiche, wo wir so Swing-Highs sehen, wo der Markt runtergelaufen ist. Das Korrektur, auch gesehen haben und dann nochmal ordentlich nach unten Gas gegeben haben und da haben wir hier unten die Marken oder oben um die 1.12.1 beziehungsweise hier oben dann in diesem Bereich um die 1.12.2. Tiefe Korrekturen sind natürlich auch möglich. Das Ganze wird sich hier jetzt definitiv entscheiden. Wie schon gesagt, aktuell laufen wir rein in die regressive Phase. Das Ganze sieht man auch sehr, sehr schön im 5-Minuten-Chart. Er trendet hier leicht nach oben. Die Dynamik ist da. Jetzt sehen wir stark den Schub und wie schon gesagt, hier oben, wenn sich das Ganze gut fortsetzt, dann gibt es definitiv Chancen. Also Bernhard, das ist wirklich gute Geschichte. Kurzfristig ist hier erst einmal die regressive Phase am Laufen. Wie schon gesagt, wenn wir dann, das ist dann noch ein Stückchen weiterhin, wer das Ganze auch als Swing betrachten möchte und sich sagt, ich will als Swing hier mal in eine mittelfristige Gegenbewegung rein, dann an dieser Stelle selbstredend wichtiger Bereich ist hier oben diese Marke. Da müssen wir dann wirklich erst einmal drüber. Das muss der Markt uns beweisen und dann könnte es durchaus als Swing etwas höher gehen. Das heißt, wir sind dann eine weite, tiefe Bewegung rein in die Stunde oben hin und das wäre dann halt der Marker, den wir dann weit im Rücklauf haben und das Ganze ist dann zu sehen. Wir sind allerdings hier sehr, sehr nah am Ausbruchslevel hier drüben. Das muss man immer mit im Blick haben. Also wir haben hier doch ein paar deutliche Widerstände vor uns, wenn der Markt sowas nimmt und hier an dieser Stelle, wie auch hier bei der 1,11, was haben wir? 1,92, also knapp 1,1,2 hinten dran. Wenn da Stärke reinkommt, dann könnte es durchaus hier in die Dynamik mit reinlaufen. Das ist der Blick und wie schon gesagt, Chancen. Das sage ich an dieser Stelle auch immer wieder und auch wirklich sehr, sehr gerne, wenn wir solche Tage hier wie gestern sehen, ja, so eine massive Abgabetage. Der Abgabedruck war ja vorher auch schon da, aber wenn wir hier diesen massiven Schub nach unten sehen und wir dann erst mal nach unten hin im Chart wirklich Luft haben, was wir hier ja auch haben und wir sehen, der Verkaufsorderstrom, der bricht ab. Es ist einfach keiner mehr da, der verkaufen will. Dann haben wir häufig gute Rückschnapper und die kann man, wenn man früh genug reinsteigt, natürlich auch immer als Longtrade sehen. Und wie schon gesagt, das Ganze hier bei Tickmüll ist wirklich sehr, sehr gut im Spread und in den Kosten zu handeln. Man handelt das Ganze für zwei Teile der Währungseinheit sozusagen. Das ist sehr, sehr, sehr günstig und wenn wir uns das Ganze mal noch anschauen, was die Spreads in diese Richtung auch machen, also es ist wirklich hervorragend, was hier läuft und das Ganze kann man sich auch immer wieder schön auf dieser Seite hier mit anschauen. Wir können ja ganz kurz in den Euro-Schweizer Franken mit reinschauen. Hier klicken wir einfach mal auf die Devisen drauf und da sehen wir hier schön das Währungspaar Euro-Schweizer-Franken und da sehen wir es hier. Alles, was wir wissen müssen, dazu machen Sie da ruhig gerne auch mal einen Preisvergleich, den wir hier haben. An dieser Stelle immer wieder gern, da werden Sie sehen, Tickmüll ist in diesem Bereich megamäßig kompetitiv unterwegs, Topkosten und eine riesige Liquidität. Das ist ja auch immer das, was wir zum Traden brauchen. So, Bernhard, ich hoffe, es passt soweit. Gute Sache, danke für die Erinnerung und an dieser Stelle jetzt wirklich allen einen guten Freitag, schöne Trades, ein entspanntes Wochenende, bis Montag. Tschüss.